Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 4. Perfect! YouTube Gamescom, der PS4-Zocker. Ja, guck mal, unser Maskottchen. Das ist unser Maskottchen. Ja, bist du unser Maskottchen? Ja, hast du Hunger? Gib dir der Leader von GTA 5 Online was zu essen? Mal überlegen. Oh, ja, okay. Dir gebe ich hier. Du bist ein Zombie-Cowboy-Mitglied, gell? Bist du ein Zombie-Cowboy-Mitglied? Dann sag ja. Bist du ein Zombie-Cowboy-Mitglied? Bist du... Yeah! Zombie-Cowboys! Wir ficken Alberto. Komm! Yeah! Mach Alberto fertig! Yeah! Per-fe-fe-kt! Wer ist unser Feind? Alberto, oder? Ja! Und Los Santos Bengas! Per-fe-kt! Schaut euch meine Raubkatze an. So, Muschi. Ich muss jetzt hoch. Der Leader hat was vor. So, Muschi. Per-fe-kt! Ihr Schweine und Fans! Und ich habe eine Herausforderung bekommen von dem Ex-Z. Lust auf ein Eins-Fessel-Eins? Ich weiß gar nicht, was du willst von mir. Ein Eins-Würse-Eins? Du meinst Würse-Eins? Per-fe-kt! Natürlich! Wenn ich wieder Internet habe, was funktioniert, dann gerne. Ich rassier dich, du Muschi. Per-fe-kt! YouTube Gamescom ist back! Ihr Schweine und Fans! Okay. Warte. Ich glaube, ich habe eine neue Nachricht bekommen. Nein, noch nicht. Okay. Tschau!